So, wir starten heute mal mit etwas anderem und ich sage nicht Hallo Calaratiada-Freunde, sondern ich sage Hallo Fontesacala-Freunde, was natürlich auch zur Gemeinde Cap de Pera gehört. Wir sind heute an diesem Freitag, 12. November, wir haben jetzt Viertel nach zehn hier und wir zeigen euch mal das, was das Meer zurzeit macht, denn wir sind hier in dem hinteren Streckenbereich, wo dieses angeschwemmte Pasadonia-Gras ist. Ist das richtig? Pasadonia. Also, nochmal richtig, nochmal Monika, bitte. Pasadonia. Okay, was für ein kompliziertes Wort, Pasadonia-Gras ist. Also das sind die abgestorbenen Seegräser, die hier natürlich angeschwemmt werden und manch einer hier am Strand, wir gehen mal ein Stückchen weiter, ihr seht jetzt hier, wenn ich hier gehe, wie ich also am Einsinken bin. Hier ist also jetzt vielleicht ein halber Meter von diesem Gras mit unten drunter und hier in dem Streckenbereich, hier hinten, da seht ihr, wie die Anschwemmungen sind. Hier ist ein bisschen Plastikmüll noch mit dazwischen. Ich sinke jetzt hier noch weiterhin etwas ein, aber wir zeigen euch jetzt mal das, wie es von hier ist. Und ihr seht, das Meer, was hier ist, nimmt jetzt keinen Sand mit weg vom Strand, sondern nimmt dieses Gras mit weg. Und das ist also ganz wichtig, wenn es liegen bleibt im Winter, dann schützt hier im Endeffekt die Strände damit. Es riecht ein bisschen, wenn es eine längere Zeit hier ist, aber es ist eigentlich ganz schön wichtig für die Natur. So, okay, also, ihr seht, dass das Meer funktioniert. Wir sind ein bisschen nass geworden, aber das spielt keine Rolle. Also, schöne Grüße, heute wieder was gelernt hier von Fontesacala und der Strand macht eigentlich einen ganz, ganz guten Eindruck. Wir sind alleine hier und wir sagen euch, schönes Wochenende, Monika und ich. Tschüss!